So viele tolle Veranstaltungen. Ich lebe leider nicht mehr in Wien, sondern in Dornbirn und wollen mit euch dafür hier feiern. Zehn Jahre Registered Commons. Auch ich habe ein Swerg mitgebracht. Es gibt auch die alten Registered Commons CDs, Original aus Berlin von der Wizards of Oz Nummer 4 Konferenz, zusammen mit dem Lawrence Lessig damals gelauncht. Und die Originalaufkleber habe ich auch noch, weil ich in der Kiste gefunden habe. Die letzten kann man sich da hinten schnappen. Und zum Feiern haben wir Brötchen und Aufstrich mitgebracht.